Die Leute gehen auf die Tür und die Leute wollen nicht einfach laufen. Die Leute gehen auf die Tür und die Leute gehen auf die Tür und die Leute gehen auf die Tür. Die Leute gehen auf die Tür und die Leute gehen auf die Tür und die Leute gehen auf die Tür. Die Leute gehen auf die Tür und 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 die Leute gehen auf die Tür. Wie wollen Sie das Spiel noch wenden? Wenden wird ja nicht viel. Aber wir werden noch ein paar Umstellungen machen und kämpferisch versuchen wir den Stand so zu halten. Tobias, die erste Halbszeit ist noch nicht zu Ende und Freiberg führt schon verdient mit 3 zu 0. Ja stimmt, wir führen verdient mit 3 zu 0. Wir müssten eigentlich schon viel höher führen. Wir hatten jetzt fünf Strafhecken, wir haben davon keinen reingemacht. Auch so haben wir viele Schusskreiszenen. Das ist eigentlich im Prinzip genau das, was wir umsetzen wollten heute. Viel Druck auf den Gegner machen und auch immer sind relativ defensiv. Da sind wir gut dabei und müssen in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall nochmal richtig Gas geben. Das ist das letzte Runde. Das ist das letzte Runde. Klappern und dann... Kommen, Kommen, Kommen! Das war's für heute. Wir machen was draus! Sehr gut! Sehr gut! Schneller wechseln die Seite! Jetzt belaufen lassen den Ball! Römmel zulaufen! Jawoll! Klasse gezogen! Super Ball! Schade! Was heißt das in der Tabelle? Keine Ahnung, da sind wir weiter vor dem Abstand ausgebaut. Die waren knapp hinter uns. Und jetzt haben wir auch drei Punkte Vorsprung sozusagen. Also sind es fünf Punkte, vor da haben wir Vorsprung. Sehr schön! Wir wollen aber noch zehn machen. Du hast noch mal einen gewechselt? Nein! Raus! Lupfen! Schön, Erik! Tschüss! Wie gesagt! Ja, das ist ein kleines presidentialer. Doch, wie ist die? Wie gesagt! Ich habe das andere Pliege. Vielen Dank.